Hey ho liebe Ameisenfreunde, ich war in den Sommerferien beim lieben Naturjot und dort haben wir natürlich ein paar Aufnahmen gemacht. Die werdet ihr in diesem Video sehen. Schaut aber zuerst am besten bei ihm noch den Teaser zu diesem Video. Bevor das ganze Video jetzt wirklich beginnt, möchte ich allerdings noch ein paar Neuerungen sagen. Einmal solltet ihr auf meinem Instagram Account vorbeischauen, wenn ihr ein paar öftere Updates haben möchtet. Und der Kanal hier wird sich auch ein wenig verändern. Ich werde jetzt etwa jeden Monat ein neues Video rausbringen. Das nächste Video wird dann das Update zu den Crematogaster Scutellaris. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video und einen schönen Tag noch. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020